So, moin moin und damit willkommen zu Terror Germanicus. Eine weitere Anthologie für Abenteuer rund um Deutschland, sollte man zumindest vermuten. Viel Spaß. Ja, genau das dachte ich nämlich, als ich den Titel gelesen habe, es soll wohl um Abenteuer in Deutschland gehen. Und was ist das erste Abenteuer? Kumbu. Wir befinden uns nicht in Deutschland, sondern im Himalaya. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie ihr guckt, aber vermutlich habe ich ähnlich geguckt. Denn ja, das hat mich so ein bisschen von vornherein rausgerissen, dass ich jetzt hier mit einem Abenteuer in dem Himalaya zu tun habe. Worum soll es gehen? Dieses Abenteuer lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Die Charaktere dürfen dabei teilnehmen, wie sie auf einen Berg steigen. Man kann auch noch die Hinreise zum Basislager ausspielen, das ist aber optional. Und da lernt man dann die Protagonisten in diesem Basislager kennen. Ja, es sind an dem Stück, also das könnt ihr ja auch eben sehen in dieser kleinen Tabelle, 19 Leute mit ihrer jeweiligen Funktion. Und 19 mag sich vielleicht gar nicht so sehr viel anhören, aber wenn jeder eine eigene Persönlichkeit hat und mal mehr oder mal weniger wichtig für dieses Abenteuer ist, dann ist das schon schwer, diese 19 Leuten unterschiedliche Persönlichkeiten dann eben, ja, auch das eben so darzustellen, dass man die dann auch auseinanderhalten kann. Und das Abenteuer beginnt dann damit, dass die alle vorgestellt werden. Die haben auch alle ein Bild, das könnt ihr dann hier eben auch erkennen, oben werden die dann zugeordnet mit jeweiligen Nummern, damit man weiß, wer wer ist. Und ich habe das Gefühl, dieses Abenteuer dreht sich so ein bisschen darum, dass jemand das gezeichnet hat. Also es ist eine Künstlerin, die dieses Abenteuer geschrieben hat. So würde sie hier eingeführt, ganz vorne. Und ja, also ich habe wirklich das Gefühl, dass sie erstmal angefangen hat loszuzeichnen und danach darum dann dieses Abenteuer geschrieben hat. So wirkt es auf mich. Ja, die werden eben so beschrieben. Ihr könnt dann das Video auch gerne mal pausieren, wenn euch das mal interessiert. Es ist ein kurzer Abriss, was die hier so tun, was die hier so machen und was die dann für Attribute haben. Ja, ob man jetzt die Attribute für jeden einzelnen NPC braucht und ob die dann, ja, so sehr unterschiedlich sind, ich glaube nicht. Ich finde, das ist an dieser Stelle Platzverschwendung. Aber Hauptsache, wir haben ein paar schöne Bilder. Ja, nachdem die NPCs alle vorgestellt worden sind, gibt es dann ein paar Informationen über dieses toluide Wesen, also dieses Kumbu-Ding, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Und dann auch noch ein paar Informationen für die Spieler, was ist hier überhaupt Phase, was soll geschehen. Wir sind auf einer Expedition und wollen sowas wie eine Kamera suchen. Und es gab mal einen Vorfall vor ein paar Jahren, da sind dann zwei Forscher losgezogen und wollten wohl als erstes den Himalaya erreichen. Das haben sie vielleicht geschafft. Genau weiß man es nicht, weil sie gestorben sind. Aber auf dieser Kamera könnten sich dann Bilder befinden, die sie dann oben zeigen. Diese Expedition damals gab es wirklich und die sind wirklich gestorben. Also das ist auch Fakt, das kann man auch nachrecherchieren. Vor kurzem wurde dann auch noch einmal eine Leiche gefunden. Die zweite fehlt meines Erachtens immer noch und die dazugehörige Kamera ebenso. Wenn die dann also im Eis konserviert worden ist, dann mag das tatsächlich ein sehr interessanter Fund werden. Aber laut den bisherigen Informationen haben dann Edmund Hallery und sein Sherpa Tensei Norgai den Himalaya als erstes bestiegen. Wichtiger Funfact, weil das war mal eine Frage bei Wer wird Millionär? Das war der allererste Millionengewinner, den es damals mit dieser Frage gab, mit Tensing Norgai. Ja, ganz generell, man möchte also in einer großen Gruppe den Himalaya besteigen. Hat dann ein paar Sherpas mitgenommen und unter anderem sucht man dann auch diese Kamera. Wenn man sie dann halt findet, ist das schön und wenn nicht, dann nicht. Aber die meisten wollen einfach erstmal nur nach oben, um dann behaupten zu können, ja, ich war halt mal auf dem Himalaya. Was dann passiert ist, dass ein Wesen erwacht und einen dann mit Wahnsinn schüttelt und plagt. Und einige Leute springen dann in den Tod. Die laufen dann einfach den Berg runter und fallen in den Abgrund. Und die anderen sitzen dann irgendwie still am Feuer, wiegen sich hin und her. Die nimmt das natürlich ganz, ganz dolle mit. Und ja, das ist im Grunde das Abenteuer. Am Ende kann man dann noch versuchen, dass man eine Sabotage verhindert, weil dann irgendwie die Leute wahnsinnig werden und dann die Gasflaschen in die Luft jagen wollen. Das kann man dann eben, wie gesagt, versuchen zu verhindern. Man kann dann versuchen, mit den Sherpas zu beten, denn diese Sherpas haben natürlich Wissen darüber, dass dieses alte Wesen da liegt und träumt. Und man kann es dann eben mit diesem Ritual wieder versuchen zu beruhigen und wieder zurück in den Schlaf zu setzen. Ihr merkt schon an dieser Rezension, so wie ich das hier flapsig zusammenfasse, dass das echt nicht mein Ding ist. Aber dieses Abenteuer bietet halt auch wirklich nicht viel. Man startet auf dieser Mission in diesem Basislager, reist dann ein paar Tage hin und zurück und am Ende sind alle wahnsinnig. Das ist so die Krux, das ist so die Essenz von diesem Abenteuer. Wie gesagt, es gibt ein paar Bilder dazu, die gemalt worden sind. Und ja, am Ende hat man halt überlebt oder man hat nicht überlebt. Und ja, ich finde das Abenteuer nicht gut. Das kann ich jetzt schon mal sagen. In der Bewertung werde ich gleich nochmal drauf eingehen, ganz am Ende. Aber das hat auch in meinen Augen nichts in einem Terror Germanicus zu tun. Denn ja, Germanicus, Deutschland, ich denke an ein Abenteuer in Deutschland und bekomme dann irgendwas mit dem Himalaya präsentiert. Ist jetzt nicht so das, was ich erwartet habe. Warum darf es dann doch in diesem Buch stehen? Ja, die Abenteurer, die gespielt werden müssen, müssen aus Deutschland kommen. Das ist so der subtile Hinweis. Es kann halt auch jeder andere aus einer anderen Nation dann hier mitspielen. Also da können dann auch Franzosen mit dem Berg besteigen oder Amerikaner. Das interessiert halt so gar nicht. Aber damit es dann in diesem Buch Platz findet, müssen die Leute aus Deutschland kommen. Das zweite Abenteuer, Seegras. Das hat mich schon beim Lesen der Prämisse, hat mich da schon ziemlich begeistert, muss ich sagen. Und hier geht es dann um eine weitere Wesenheit, die dann auftaut aus einem Gletscher nach dem Bodensee. Und da fließen dann viele verschiedene kleine Kthulhuide Dinge in diesen Bodensee, vergrößern sich, verbreitern sich und sorgen dann für Trubel. Das ist so die Prämisse dieses Abenteuers Seegras. Und wie es dann weitergeht, das schauen wir uns an. Ja, das Abenteuer beginnt dann damit, dass die Charaktere Urlaub am Bodensee machen. Und entweder lernen sie ihn dort kennen oder sie kennen ihn schon vorher. Auf alle Fälle taucht dann Walter Kienzle auf, ein Fischer, beziehungsweise ein Fischersohn, der sich dann Sorgen darum macht, dass sein Vater verschwunden ist. Der ist dann wie eigentlich jeden Tag rausgefahren zum Angeln und sein Boot tauchte dann leer wieder auf. Was mit ihm passiert ist, weiß keiner und naja, viele vermuten dann, dass er über Bord gefallen ist. Es gibt aber auch keine wirklichen Kampfspuren. Alles ein bisschen merkwürdig und die Polizei kann da dann auch wenig tun. Ja, Walter Kienzle versucht dann so ein bisschen zu ermitteln und die Investigatoren dürfen dann dabei helfen. Der Vater taucht dann aber wieder auf. Der wird dann wieder aufgegriffen am anderen Ende des Bodensees und reist dann wieder über ein paar Tage wieder zurück. Und ja, ist dann wieder da. Dann gibt es allerdings auch ein paar andere Phänomene, die dann gleichzeitig während der Suche auftauchen und die dann doch für Erstaunen sorgen dürften. Denn, naja, die Seegraskonzentration ist ein bisschen höher als normal und dadurch werden auch die Fischer sehr lebendig. Also pflanzen sie sich sehr schnell fort und die Fischer haben sehr viel zu tun. Das ist ja erstmal ein erfreuliches Anzeichen. Aber wenn dann auch noch ein paar Fischleichen auftauchen oder eben auch, naja, Hundeleichen, die von irgendwelchen anderen Besuchern, von irgendwelchen anderen Urlaubern dann auftauchen, ist schon alles nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Im Verlauf der Ermittlungen kann man natürlich auch noch auf den See hinausfahren. Das wäre natürlich sehr logisch und könnte da dann feststellen, dass es sehr nach Ammoniak riecht, dass es ein paar verstopfte Rohre gibt, dass es sehr viel Seegras gibt. Das habe ich ja schon erzählt. Und wird einfach so ein bisschen dann damit konfrontiert, dass der See sich verändert. Das kann man eigentlich so festhalten. Man kann dann natürlich auch noch versuchen, mit ein paar biologischen und chemischen Instituten zu sprechen. Das finde ich hier eine ganz tolle Sache, dass dann hier wieder diese Bibliotheksrecherche in den Vordergrund rückt, aber da dann eben auch ausgespielt. Das klettert also nicht ein einziger Wurf auf die Bibliotheksnutzung, sondern man darf dann auch mit richtigen Forschern sprechen, die dann hier sehr viele Informationen einem geben. Also es ist ein sehr physikalisches, biologisches, chemisches Abenteuer. Was mir gut gefällt, das mag nicht jedem gefallen, aber ich finde es eben sehr toll, dass man hier dann in solchen Bereichen unterwegs ist. Und naja, am Ende des Abenteuers stellt man dann fest, dass die Seegras-Kluluiden-Wesen für eine Verbreiterung sorgen. Die wollen sich so ein bisschen fortpflanzen, brauchen dafür dann Stickstoff. Das könnte sich dann so ein bisschen aus der Luft besorgen oder aus der Nahrung. Und naja, wenn man genug von diesem Seegras inhaliert oder ingestiert, also gegessen hat, dann wird man zu einem Seegras-Zombie. Wieso kann man das eigentlich sagen? Ein Lerk-Nahwesen, das Ding aus dem See. Ja, tote Schwäne. Man kann es eigentlich drauf zuspitzen lassen. Es ist eben dieses dann ganz typische Kthulhuide-Szenario. Man muss den Vater retten, man muss den Sohn retten. Und naja, dieses Kthulhuide-Wesen kann man nicht wirklich vernichten. Es gibt dann noch ein paar Informationen von einem alten Priester, der vor ein paar hundert Jahren gelebt hat. Und der kann dann in einem alten Ritual erzählen, wie er damals mit Hilfe von Jesus Christus diese Lerk-Nahwesen aufgehalten hat. Und dann fährt man raus auf dem See, führt dieses Ritual durch und überlebt hoffentlich, damit man dann dieses Wesen wieder zurückwandt in die Alpengletscher. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht beim Lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, diese Idee mit der guten alten Recherche, Bibliotheksnutzung, Chemie und ein bisschen Biologie. Also das hat mir echt gut gefallen und ja, ist ein gutes Abenteuer. Bewertung folgt später. Ja, weiter geht das mit dem Abenteuer 12 Apostel. Und hier muss ich noch einmal sagen, Spoiler, Achtung, Achtung. Das Ding basiert auf 12 Monkeys. Und da steht ja auch ganz oben so drin, wer diesen Film kennt, beziehungsweise man sollte ihn sich vor dem Lesen dieses Abenteuers noch einmal ansehen. Und das habe ich auch getan mit Bruce Willis. Der wird hier genau schon wissen, worum es geht. 12 Monkeys fasst das eigentlich schon ganz gut zusammen. Es ist ein Apokalypse-Szenario und nicht nur ein eigentliches Abenteuer, sondern eigentlich eine gewaltige Sandbox, eine riesige Kampagne. Zumindest könnte man das so ausdehnen. Und ich bin beim Lesen des Abenteuers schon so ein bisschen verrückt geworden. Das liegt nicht daran, dass es schlecht ist, sondern dass es so sehr crazy Ideen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es liest sich sehr lustig. Ich glaube, es ist aber schwierig zu leiten. Auch da dann später bei den Bewertungen des Abenteuers werde ich nochmal drauf eingehen. Aber ja, also hat schon mal sehr viel Spaß auf mehr gemacht. Ausgangsszenario ist, dass die Welt 1922 sich verändert hat. Es gab ein paar, ja, Explosionen kann ich fast sagen. Und zwar ist Azatorze Blume entstanden. Irgendwo in der Hauptstadt Berlin ist dann eine Bombe explodiert, die dann eine gewaltige, ja, man kann das fast sagen, einen Atompilz gebildet hat. Ein Atompilz, der nach oben gestiegen ist, dann unglaublich viele Menschen getötet hat und dann in der Luft erstarrt ist, auskristallisiert ist. Und diese Blume, dieser Pilz ist da immer noch an dieser Stadt. Der, ja, lässt auch so ein bisschen Aschewolken raus und Lichter, die da entstehen. Und es glüht und niemand weiß, was das ist, was erstmal schon für sich eine Katastrophe ist. Aber dann folgen auch noch viele weitere Städte, die dann, ja, kurzer Zeit danach auch noch explodiert sind. Und in ganz Europa, es könnte natürlich auch sein, dass es in Amerika oder in Asien noch weitere Explosionen gab, aber die, ja, Zivilisation ist quasi dann sehr schnell kaputt gegangen, nachdem dann in ganz Europa diese Blumen explodiert sind und viele Städte vernichtet haben. Es gibt ein paar Zentren, die noch verschont geblieben sind, sowas wie Göttingen beispielsweise. Niemand weiß genau, warum Göttingen, aber Göttingen und Hannover haben es zum Beispiel geschafft. Es ist echt ein super Ausgangsszenario, was sehr viel Lust auf mehr macht. Und da sind dann auch, wie gesagt, es gibt ja ein Abenteuer Aufhänger. Es gibt aber auch noch viele weitere Ideen, wie man dann in dieser apokalyptischen Welt spielen kann. Dazu dann auch nochmal geraten, den Apokalypse-Band von Pegasus. Den habe ich bisher schon rumliegen, aber noch nicht gelesen. Das muss ich auch nochmal machen. Werde ich dann nochmal nachholen und dann, wenn es soweit ist, auch hier verlinken an der Stelle. Aber bis dahin muss ich mich eben nochmal mit diesen Informationen aus diesem Buch, Terror Germanicus, auseinandersetzen. Ja, was ist dann das eigentliche Ziel, nachdem wir uns dann so ein bisschen in dieser apokalyptischen Welt bewegen? Wir spielen ein paar Jahre danach, haben uns also schon daran gewöhnt. Es gibt neue Professionen, neue Berufe. Es ist so ein bisschen wie bei Fallout oder wie bei Mad Max, kann man sagen. Nur dann eben im Jahr 1920, 1922 plus ein paar Jahre. Das ist dann euch selbst überlassen. Und in dieses Mad Max-Szenario wird dann Albert Einstein geworfen, der dann irgendwann gesagt hat, nee, tut mir leid, wir können nicht mehr so weiterleben, wir müssen irgendwas tun. Und hier greift dann das Szenario von den Twelve Monkeys, wo es dann eine Zeitreise gibt, um dann diese Explosion zu verhindern. Wie das dann genau abläuft, da muss man dann noch einen Hund von Tindalos jagen. Der ist ja irgendwie unabhängig von den Dimensionen und von den Zeiten dann verankert. Da gibt es dann eine ganz schöne Szene, die hat mir echt gut gefallen, wie dann ein Hund von Tindalos in eine Kugelsphäre eingesperrt wird, die er überhaupt nicht mag. Da wird er dann drin getötet und ja, wenn man dann dieses Material vom Hund des Tindalos hat, kann man damit dann in die Zeit zurückreisen und wacht in einem Irrenhaus auf. Auch da wieder die Querverstrebung zu den Twelve Monkeys. Und wenn man da dann ausgebrochen ist, was dann alleine für sich schon ein Szenario ist, unter unglaublichem Zeitdruck. Wenn man dann nur noch vier Tage Zeit hat, damit man dann ausbrechen kann und diese Explosion verhindert. Also wenn man das dann als Spieler mitbekommt, wie wenig Zeit einem da dann noch bleibt und dass man dann eingesperrt ist in ein Irrenhaus. Ich glaube, da geht man auf ein Zahnfleisch. Das ist so fies. Also ganz im Ernst, das macht schon beim Lesen Spaß und da wird man so ein bisschen irre. Vor allem gibt es dann noch Nyala Totep, der dann da auch noch sich seine Spießchen erlaubt mit einem Red Herring, der dann mit dem Abenteuer nicht wirklich viel zu tun hat, aber der mir auch richtig gut gefallen hat. Den auch auf alle Fälle bitte einbauen, der ist echt super. Naja, wer dazu noch mehr wissen will, der soll dann in die Terrogamanicus reingucken. Hat mit den Plottern sich sehr wenig zu tun, aber der Red Herring ist eben sehr, sehr geil. Ja, die brechen dann irgendwie aus, versuchen das dann, schaffen das und müssen auf eine Physikerkonferenz gehen, wo dann Albert Einstein nicht rumläuft, aber viele seiner Kollegen, die dann aus Film und Fernsehen eigentlich bekannt sind. Also wer dann Physik studiert hat oder ganz generell sich so ein bisschen damit auskennt, wer dann in Physik in der Schule aufgepasst hat, der wird dann die ganzen Leute kennen, die da rumlaufen und jeder ihren eigenen Vortrag halten. Naja, und wenn man dann sich so ein paar Informationen besorgt hat im Vorfeld über eine Kirche mit den Zwölf Aposteln, der kann dann versuchen, diesen Weltuntergang zu verhindern, wo es dann aber auch nochmal viele, viele Red Herrings gibt und Plotaufhänger und Oh, das Abenteuer ist geil! Dann ist es richtig schwierig zu leiten und ich weiß nicht, ob da jeder mit Spaß haben wird. Das ist nichts für jeden Spieler, aber alleine beim Lesen habe ich da schon so einen wässrigen Mund bekommen und ja, das ist das Abenteuer, die Zwölf Apostel angelehnt an die Twelve Monkeys. Unbedingt den Film sehen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ist natürlich ein bisschen älter, aber kann man sich immer noch ganz gut ansehen. Der Film ist von 1995 und wie gesagt, da wird dann so ein bisschen mit Zeitreisen und Paradoxa gespielt und ja, ganz im Ernst, gutes Abenteuer. Ja, damit kommen wir zur Bewertung. Wie immer Modularität, Spielspaß und DSL-Schwierigkeit zusammen mit den Bonuspunkten. Wir haben drei Abenteuer, Kumbu, Seegras und die Zwölf Apostel. Ich fange einfach mal an bei Kumbu. Die Modularität, wir spielen im Himalaya, es spielt jetzt und wir können es zumindest laut dieser Geschichte wenig verschieben, weil wir angewiesen sind auf den Fund eines Forschers, der erst vor ein paar Jahren wieder aufgetaucht sind. Man kann es natürlich auch noch irgendwo in der Zeit verschieben, ganz unabhängig dann davon. Es wird ja auch vorgeschlagen, dass man das dann mit Nazis spielt. Ich finde, das ist in meinen Augen keine schöne Herangehensweise. Man kann es auch nicht irgendwie weiter verschieben. Es lebt irgendwie davon, dass man im Himalaya spielt und als Deutsche im Himalaya, ich weiß auch nicht, warum man hier Deutsche spielen muss. Es hat einfach in diesem Terro Germanicus-Band nichts verloren. Ich gebe hier einen Punkt für die Modularität. Man kann es nicht irgendwie verschieben. Spielspaß. Es macht, glaube ich, nicht wirklich viel Spaß. Wenn man im ewigen Eis spielen will, dann kann man meinetwegen auch Berge des Wahnsinns spielen. Wenn man Berge beklettern will, kann man das eben auch tun. Aber hier sind dann unglaublich viele NPCs, die vorgestellt werden. Und eigentlich jeder. Jeder ist irgendwie grimmig und grummelig und hat irgendwie eine eigene Motivation, ist aber gerade irgendwie schlecht drauf und deswegen verrät er nichts. Und man versucht dann irgendwie noch jeden besonders darzustellen. Das gelingt vielleicht auch, indem man zu jedem noch ein Bild hat. Aber, naja, wenn die halt nicht mit einem reden wollen, das wird echt kein schönes Abendeuer. Ganz im Ernst nicht. Also, Spielspaß. Ich würde hier gerne mehr geben, gibt aber nur einen Punkt. SL-Schwierigkeit? Ja, es ist einfach. Es ist irgendwie leicht zu leiten. Ich gebe dann hier dann doch nochmal meine vier Punkte, weil es steht alles drin, was man braucht. Wer das so runterspielen will, einmal durchlesen, ein paar Handouts vorbereiten und dann kann es losgehen. Das ist nicht schwer. Da kann ich also dann guten Gewissens die vier Punkte geben. Bonuspunkte? Ja, ich gebe halt einen Punkt für die Bilder. Es sind halt zu allen Charakteren Bilder drin. Ich finde die nicht wirklich gut gelungen. Also, mir gefallen die nicht, aber es gibt welche. Ja, ein Bonuspunkt. Damit kommen wir bei Kumbu auf insgesamt sieben Punkten. und damit ist das Abenteuer auch ganz gut bedient. Seegras. Modularität. Seegras spielt am Bodensee. Man kann das sicherlich auch irgendwo an einem anderen See verfrachten, aber ich finde, es ist hier auch ganz gut aufgehoben. Man muss das nicht an der Nordsee spielen oder an irgendwelchen anderen großen Seen. Das ist hier eigentlich ganz gut. Da kann man es lassen. Und auch in der Zeit sollte man bleiben. Man kann es auch in der Nauzeit spielen oder meinetwegen auch 1890. Aber 1920 ist es dann doch ganz gut angesiedelt. Ich gebe für die Modularität von Seegras zwei Punkte. Da ist zwar noch mehr drin, aber da muss gar nicht mehr rausgeholt werden. Spielspaß. Ja, ich gebe hier drei Punkte. Die drei Punkte gelten für das Abenteuer, für den Spielspaß. Hier werden die Leute sicherlich viel Lust dran haben. Es ist ein ganz typisches Cthulhu-Abenteuer mit viel Recherche, mit ein bisschen Naturwissenschaften. Da sollte man vielleicht auch dann mal seine Naturwissenschaftler auspacken. Also wer da endlich mal seinen Biologen auspacken will, seinen Physiker, seinen Chemiker, der wird hier sehr viel Spaß dran haben. Es ist aber auch nicht für alle was. Also wer da damit nicht ganz klar kommt, der wird hier glaube ich nicht so viel Spaß dran haben. Deswegen muss ich leider nur drei Punkte geben. Aber für diejenigen, die mal wieder was sehr geerdetes spielen wollen, die können dann mit Seegras viel Spaß haben. Spielleiter Schwierigkeit. Ich finde, es ist einfach zu leiten, zumindest so vom Lesen her. Ich gebe hier vier Punkte. Alles, was man braucht, ist hier irgendwie aufgezeichnet. Man kann dann noch ein bisschen was improvisieren. Man hat das gelesen und hat dann verstanden, wie das grob dann abläuft, was man dann braucht. Und dann kann man eben mit den Informationen, die hier gegeben sind, kann man arbeiten, um ein schönes Szenario zu erzählen. Bonuspunkte. Wie gesagt, mir hat das Abenteuer gefallen. Deswegen gebe ich hier die volle Punktzahl. Ja, andere mögen da vielleicht weniger Punkte geben, wenn sie da diesen Hintergrund nicht mögen. Aber das wird sich dann auch im Spielstraße niederschlagen. Ich gebe vier Punkte. Gut, machen wir weiter mit den zwölf Aposteln. Ich habe im Vorfeld, wie gesagt, den Film mir angesehen. Ich kannte den zwar schon, aber habe mich nochmal auf den Film gestürzt. Und das empfehle ich auch jedem Spielleiter, bevor er dann dieses Buch liest und vorbereitet. Modularität. Ich gebe hier drei Punkte. Man kann hier noch eine ganze Menge machen, gerade in Deutschland mit den Städten. Man kann das ausarbeiten. Man kann in den Zeiten springen und irgendwelche Technologien noch dazu tun. Man kann das Ganze auch nicht 1920 spielen, sondern dann 2000 oder auch 1995. Das geht alles. Das ist dann selbst euch überlassen. Hier gebe ich dann drei Punkte für die Modularität Spielspaß. Ja, ich gebe hier vier Punkte für diejenigen, die gerne mal in einer Apokalypse spielen wollen. Das muss aber angekündigt sein, sonst wird man hier überhaupt keinen Spaß haben. Also kündigt das an. Das ist ein Apokalypse-Szenario. Eben dann zusätzlich mit dem Apokalypse-Band. Und dann wird man hier mit vier Punkten sehr viel Spaß haben. SL-Schwierigkeit gebe ich zwei Punkte. Es ist eine große Sandbox. Es ist hier viel angeboten, was man benutzen kann. Das muss man aber ausarbeiten. Also hier sind auch viele Szenen beschrieben, die dann nochmal mit ordentlich Eigenleistung dann verschönert werden könnten. Auch gerade dann das Spiel in Berlin oder in Göttingen, wenn man da dann eben noch was bauen will oder eben dann das Ganze als Kampagne aufziehen will. Der muss hier noch viel Arbeit leisten. Aber ich finde, das lohnt sich, wenn man das mal spielen will. Bonuspunkte. Ja, ich habe schon gesagt, ich bin beim Lesen des Abenteuers so ein bisschen verrückt geworden oder habe ein bisschen geistige Stabilität verloren. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich gebe dann auch abschließend dann hier die 13 Punkte. Und wenn wir dann alles zusammenrechnen, dann haben wir 7, 13 und 13 und damit kommen wir dann auf 11 von 16 Punkten. Die Anthologie Terror Germanicus ist also eigentlich empfehlenswert, finde ich ganz gut. Es ist ein guter Mix, vor allem dann mit Segras und den 12 Aposteln. Wenn man da dann noch die Apokalypse-Erweiterungsbände sich dann dazu nimmt von Pegasus, der wird dann da sehr viel Spaß haben. Kumbu finde ich ein bisschen deplatziert, aber zumindest in diesem Band. Aber wenn man dann eben mal im Himalaya spielen will, dann kann man sich dieses Abenteuer ansehen. Es tut halt nicht weh. Man sollte dann einfach nur dieses Buch anders nennen und dann nicht Terror Germanicus, sondern Anthologie mit Abenteuern unter anderem aus Deutschland. Gut. Ja, das war meine Rezension zu Terror Germanicus und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, könnt ihr die mir natürlich auch gerne stellen und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.